Morgen Leute und herzlich willkommen zu eurer Flaschenpost zum Wochenende. Dritte Advent steht vor der Tür und wir wollen euch wieder auf den aktuellen Stand bringen, wie es in World of Warships zur Sache geht mit Free-Content, aber eben auch mit Pay-Content, so dass ihr wisst, was am Wochenende wieder als Schwerpunkt ist, solltet ihr die Zeit in World of Warships verbringen. Ich hoffe für euch geht's gut und wir starten jetzt hier mal rein. Wir klicken also hier auf den Bereich Neuigkeiten, scrollen relativ weit nach unten inzwischen schon. Heute ist hier der Donnerstag, der 14. Dezember und wir klicken hier mal in diese letzte Gefecht vor dem Nordkapp, denn da ist eine Bonusmission sozusagen versteckt und zwar geht die bis zum 2. Januar. Wir haben hier eine Schaltfläche, die ist jetzt bei mir blau, da ist bei euch ein oranger Button. Sobald ihr den klickt, wird eine besondere Kampfauftragsreihe freigeschaltet, wenn man dazu sagen möchte. Und wir haben dann auch dazu einen zeitlich begrenzten Kreditpunkte-Rabatt. Und dieser Kreditpunkte-Rabatt, der bezieht sich auf diese Schiffe hier, auf Z23, Stort, Fiji, Surrey, King George, Gneisena und Z31. Das ist 5 Tage lang, nachdem ihr den Button gedrückt habt, verfügbar und ihr könnt dann mit dem entsprechenden Rabatt-Kreditpunkte halt sparen und diese Schiffe freischalten. Mit diesen Schiffen könnt ihr in Keilereienunternehmen, Zufallsgefechten, Gewertetengefechten, Asymmetrischen Gefechten und Koop-Gefechten, nämlich 20 Gefechte fahren und dazu gesellen sich dann eben noch ein paar Premium-Schiffe wie die Belfast, Belfast 43, Duke of York, Scharnhorst, die beiden Varianten, die wir jetzt hier im Spiel haben und eben auch die Stort 43. Wichtig, die Scharnhorst Black zählt hier nicht mit rein. Also nur die Standard-Scharnhorst und die Scharnhorst 43, die es jetzt im Gefechtspass zu Weihnachten sozusagen gab oder im Ferienpass, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und was bekommen wir am Ende dafür? Beziehungsweise, was müssen wir machen? Wir müssen 20 Gefechte fahren und das ist es am Ende. Wir müssen da jetzt nicht ganz bestimmte Sachen erreichen irgendwo. Also seit man sagt, wir brauchen 20 Siege oder so ein Kram, das ist alles nicht. Wir brauchen nur, besteht darin, 20 Gefechte mit bestimmten Schiffen zu spielen. Punkt. Also das heißt T6, T8 und T7 Schiffe. Das sind, die hier in der Liste sind. Die füllen dann quasi die Warteschleife so ein bisschen auf. Man bekommt für jeden Fortschritt, den man macht, eine verbrauchbare Tarnung Schwarz-Ros-Gold. Für jeweils, also quasi 5 Gefechte, die man macht, bekommt man eine Tarnung gutgeschrieben. Nachdem wir 20 Gefechte abgeschlossen haben, bekommen wir 10 Punkte Festtage in der Weihnachtsstadt. Das ist quasi dieser Weihnachtsgefechtspass. Da bekommen wir einfach 10 Punkte gutgeschrieben. Und dazu einen Aufnäher Scharnhorst, den ihr jetzt hier abgebildet seht. Ist jetzt kein Riesending, aber so eine Sache kann man ja nebenbei mal machen und schnell noch die Schneeflocken von diesen Schiffen vielleicht mit runterfahren. Denn wenn ihr diese Schiffe jetzt gerade rabattiert kauft und weil sie sie vorher noch nicht hattet, ist natürlich auch eine Schneeflocke auf diesen Schiffen drauf und man kann das schön miteinander verbinden. Ein Hinweis noch zum Fortschritt. Aktuell sind hier jetzt rote Kreuze unter den Fotos. Ich denke, nach 5 Gefechten, die man absolviert hat, halt hier etwas passieren wird, dass das dann eben nicht mehr rot dargestellt wird, sondern vielleicht mit einem grünen Haken oder sowas ähnlichem. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht gemacht. Deswegen müsste ich mir das dann mal angucken, wie es dann aussieht. Ich möchte euch nur sagen, dass es keine Auftragsreihe in den Kampfaufträgen gibt, zumindest nach meinem Dafürhalten nicht, sondern dass wahrscheinlich hier in dem Newsartikel dann der Fortschritt gezählt wird. Also alle 5 Gefechte setzt sich hier irgendwas in Bewegung. Als nächstes möchte ich euch natürlich den öffentlichen Test vorstellen. Warum mache ich das? Natürlich deswegen, weil es da wieder kostenlosen Content auf dem Live-Server gibt. Also ihr erfüllt Aufgaben im Public-Test, der jetzt in der ersten Runde vom 14. Dezember bis zum 19. Dezember verfügbar ist. Ihr könnt da schon mal so ein paar Sachen sehen, wie den Vorabzugang zu den US-Flugzeugträgern, Kopfgeldjagd, die Anzeige von Schiffsparametern im Ladebildschirm, beziehungsweise wenn ihr dann eben die Tabulator-Taste drückt, sieht es dann so aus. Das könnt ihr alle schon mal auf dem Public-Test testen und nebenbei eben Belohnungen mitnehmen. Jetzt muss ich ja gerade mal gucken. Hier bekommt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Basis-EP verdient und Bänder zerstört, könnt ihr einen taktischen Container und 7500 Kohle erhalten, wenn ihr das eben richtig macht. Da muss man ganz genau sehen, wie das dann auf dem Public-Test ist. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass es eben Möglichkeiten gibt, sich Ressourcen auf dem Live-Server zu verdienen, indem man Public-Test spielt. Auch wenn man sich das allererste Mal anmeldet, gibt es unterschiedliche Boni, die man da machen kann. Hier 250 Dublonen, wenn man sich das allererste Mal überhaupt anmeldet und wenn man sich in Update 13.0 zum Test anmeldet, weil man in den vorherigen schon mal teilgenommen hat, gibt es immer noch 100 Dublonen, aber eben auch Kohle und so eine ganze Geschichte. Also wer sich da interessiert für, solltet da unbedingt mal raufgucken. Gerade für diejenigen, die vielleicht frisch anfangen aktuell, für die ist das durchaus interessant. Aber bitte nicht vergessen, ihr müsst World of Warships ein zweites Mal runterladen, nämlich die Public-Test-Umgebung. Damit das funktioniert, einen neuen Account müsst ihr nicht erstellen. Wenn ihr über das Wargaming Center spielt, dann einfach in eurem Account drinnenbleiben und oben den Server auswählen zwischen EU oder eben dann Public-Test-Server. Und damit kommen wir zur Waffenkammer in World of Warships. Erster Hinweis an der Stelle, viele von euch warten ja regelmäßig da drauf, darum bringe ich das jetzt hier auch mit in unsere Übersicht für dieses Wochenende. Premium-Spielzeit ist einmal im Jahr rabattiert und das ist meistens immer so um die Weihnachts- und Silvesterzeit herum. Sie fangen jetzt an und bieten es an, 360 Tage für 50% weniger. Also hier 12.000 Dublonen, das wären 39,47 Euro. Das ist tatsächlich eine relativ hohe Ersparnis. Aber wenn ihr noch ein paar Cent mehr sparen wollt, dann geht ihr direkt in den Premium-Store auf der World of Warships-Seite, worldofwarships.eu, loggt euch mit eurem Account in World of Warships ein und könnt dann für 39,39 Euro diese Premium-Spielzeit freischalten. Also wer da 8 Cent sparen will, der sollte dann sicherlich direkt über den Premium-Store machen. Wenn ihr sowieso schon irgendwie Dublonen habt, noch übrig habt, weil ihr gewertete Gefahren seid oder irgendwo andersher die Belohnung habt aus dem Lock-in-Bonus oder so Sachen, dann macht es durchaus Sinn, relativ gut hier in-game die Sache freizuschalten, weil ihr dann ja dementsprechend mehr spart als diese 8 Cent. Je nachdem, wie viel Dublonen ihr auf dem Konto habt, wenn ihr denn Premium-Spielzeit braucht. Und es ist natürlich nicht von ungefähr, dass World of Warships jetzt plötzlich schon die 360 Tage Premium-Spielzeit anbietet. Das ist nämlich eigentlich eine Woche zu zeitig. Sonst war es immer zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, und wie kommt das? Natürlich für den, alles für den Sieg-Event. Die Kita Kami kann man jetzt ja halt hier freischalten. Und welch Zufall, man kann mit Premium-Spielzeit-Tagen 16 Prozent, also 16 Etappen, am Ende damit, ja, freischalten. Und Wargaming setzt hier natürlich wieder auch einen kleinen Kaufanreiz für diejenigen, die nicht sehr viel Premium-Spielzeit-Tage haben. Ach komm, gib da noch ein bisschen Geld für Premium-Spielzeit aus. Und dann kannst du sie gleich wieder bei dem Alles-für-den-Sieg-Event dann dementsprechend rein investieren. Aber bitte denkt da dran, ihr könnt maximalstens, also wenn ihr dieses Angebot überhaupt annehmt, ne, ich würde das ja eher dann nicht so machen, glaube ich. Aber, ja, ist ja jedem sein eigenes Glück geschmied. Aber denkt da dran, ihr könnt maximal 16 Stufen nehmen, ne, also in dem maximalsten Fall, wenn wir jetzt hier einfach mal hochspringen, bei mir sind es 960 Tage, die man maximal investieren kann, um sich hier dann durchzuarbeiten. Den Rest muss man mit anderen Ressourcen zwangsläufig machen. Und da gibt es ja dann auch immer noch die Forschungsbüropunkte, Free XP, die man ja theoretisch umwandeln kann, wenn man denn nicht genug hat. Wie gesagt, ich möchte ganz klar sagen, das ist das, was Wargaming damit bezweckt, dass wir möglichst sogar noch Geld ausgeben um dann hier durch dieses Event durchzukommen, um auf jeden Fall die Kitakami mitzunehmen oder so Sachen. Darum machen sie das. Also seid bitte sehr, sehr vorsichtig und überlegt euch sehr gut, was ihr mit eurem Geld macht, ob ihr dann hier auf diesen Kitakami-Hype so ein bisschen ausspringt und dann noch Echtgeld benutzt, um diesen dann auch eben zu erreichen, diesen Hype. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn euch diese Schiffe interessieren, also Firujo, Defense, Kitakami, dann solltet ihr unbedingt bei uns auf dem Seacrauts-Kanal vorbeischauen natürlich. Seacrauts.de in euren Browser eingeben, landet ihr automatisch auf unserem YouTube-Kanal und könnt euch da nochmal zu der Ferujo-Defense und Kitakami separat informieren. Wir haben sehr ausführliche Videos für euch gemacht mit kommentierten Gameplay, aber auch die Schiffsvorstellung komplett, wo wir die Daten nochmal so ein bisschen einsortieren, ob die jetzt gut oder schlecht sind und Stärken und Schwächen so ein bisschen herausgearbeitet. Also lege ich euch auf jeden Fall ans Herz. Und damit sind wir am Ende mehr oder weniger schon durch. Wie gesagt, alles für den Sieg ist jetzt am Start. Also wer sehr viele Ressourcen hat, der kann sich hier natürlich dann auch dementsprechend durcharbeiten, um dann vielleicht die Kitakami freizuschalten. Oder wer es ganz extrem macht, hier die Kitakami-Tarnung sogar freizuschalten. Wir selbst werden das streamen und zwar am Samstag, den 16. Dezember und zwar ungefähr ab 20 Uhr, vielleicht ein bisschen früher sogar, werden wir uns ransetzen. Ich habe die Forschungsbüropunkte bereits sehr, sehr lange gesammelt und habe einen 17-fachen Stack und möchte mit euch zusammen und einem Gast, den wir schon eingeladen haben, dann am Samstagabend diesen Forschungsbaum der japanischen Gandhi-Ds nach oben fahren, von T5 an wahrscheinlich. Wir werden dann immer ein Gefecht fahren, den Rest mache ich dann jeweils mit FreeXP und am Ende kulminiert der Stream quasi in der Freistaltung der Kitakami und möglicherweise dann auch zur Kitakami-Bitterkalter Wind. Das sollte dann eigentlich möglich sein, weil ich dann irgendwie 230.000 Forschungsbüropunkte ungefähr habe. Ich habe ja jetzt hier noch 59.500 parat. Ja, schaut da gerne rein, wenn ihr ein bisschen mitfiebern wollt, wenn ihr ein bisschen unterstützen wollt. Entweder bei Twitch oder hier auch bei YouTube. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in die Kampfaufträge rein, denn das Werft-Event geht jetzt in die zweite Etappe. Ihr könnt dann unter anderem Weihnachtsgeschenk freischalten, Kohle und graue Bonuskarten. Selbst wenn ihr die Michelangelo am Ende nicht freischalten wollt, sind es ja trotzdem Kampfaufträge, wo ihr etwas bekommen könnt. Wenn ihr richtig stark und erfolgreich seid, dann 2001 mit Base XP gibt es auch noch mal blaue Boni oben drauf. Ist vielleicht etwas, was man mit U-Booten machen kann, weil die ja Base XP mäßig relativ stark performen können mit relativ wenig Aktionen im Spiel. Wenn man es denn gerade mal gut erwischt, muss man ja ganz ehrlich sagen, dann kann man schnell mal 2100 Base XP erreichen oder ihr nehmt eben eine andere Chiff, wo euch gerade besonders liegt und wo ihr mit Spaß habt. Ist auf jeden Fall eine machbare Sache. Dann auch noch mal mein Twitch-Hinweis. Natürlich der zweite Auftrag, den kann man jetzt wieder kollekten. Ab dem 14. Dezember kann man bei Twitch dabei sein und dann einen neuen Twitch-Auftrag quasi sich holen und den dann hier irgendwie erledigen, den Auftrag. Dann habt ihr hier nachher zwei von vier fertig. Wenn ihr am Ende alle vier fertig habt, gibt es ein mittleres, also ein großes Weihnachtsgeschenk. Also das sollte man vielleicht dann auch noch mal gucken, dass man das eben mitnimmt, wenn man denn möchte. Jetzt sind wir schon fast am Ende, Leute, aber es fehlt natürlich etwas. Unser World of Warships drittes Advents Seacroats Advents Giveaway. Und dazu möchten wir euch diesmal einladen, unter diesem Video mit eurem World of Warships EU Server-Account-Namen zu kommentieren, wie eure Weihnachtsbaum- Geflogenheiten zu Hause sozusagen eurer Traditionen sind. Habt ihr einen künstlichen Baum? Habt ihr einen echten Baum? Habt ihr gar keinen Baum? Wie schmückt ihr den? Mit Lichterkette, echten Lichtern oder dann doch LED und bunt? Und baut ihr es gemeinsam mit euren Kindern auf oder dann doch eher alleine? Seid ihr zu Weihnachten gar nicht zu Hause und habt deswegen keinen Baum? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, mit dem richtig geschriebenen World of Warships EU-Server-Account-Namen. Und was gibt es zu gewinnen? Es gibt einen Code zu gewinnen, der euch ein neuer Zertifikat gibt. Und dazu packt noch ein Code obendrauf, der euch 30 blaue Bonus-Card gibt und dazu verbrauchbare Tarnungen für Schiffe. Also zwei Codes pro Gewinner und Gewinnerin. Insgesamt werden fünf Personen gezogen. Um den 18.12. herum werde ich die Sachen dann ziehen und dementsprechend dann auch ingame verteilen. Ihr bekommt dann eine Nachricht, drückt die also bitte nicht weg, wenn ihr dann eine Nachricht mit einem Code von mir erhaltet. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare und eure Storys rund um eure Weihnachtsbäume. Und wenn ihr noch was braucht, was unter diese Weihnachtsbäume passt, dann schaut da vielleicht gerne mal bei meinem Partner ProPetsGG vorbei. Da wird professionell Gaming-Zeugs hergestellt. Gaming-Merch könnte man auch sagen, aber nicht nur Merch, sondern tatsächliche Schreibtischunterlagen, Mauspads, Armsleeves, alles, was man sich vorstellen kann. Und das Geile daran ist, die sind nicht nur professionell hergestellt, sondern die können auch sehr geil designt werden und zwar mit eurem eigenen Design. Wenn ihr also was von eurem Clan habt, zum Beispiel euer Clan-Logo oder ähnliche Sachen, dann könnt ihr da selbst online euer Mauspad designen, euch drucken lassen und das wird ruckzuck versendet und wird ganz hochwertig hergestellt. Das ist waschmaschinenfest sozusagen. Man kann das also auch waschen und dann wieder benutzen, wenn man da mal raufgekleckert hat oder solche Sachen. Geht auch natürlich in Schreibtischgröße und es gibt auch Armsleeve und viele Sachen mehr. Solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen und die Qualität, die ihr da haltet, ist made in Germany. In dem Sinne, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, euch was Gutes tun oder eben euren Beschenkten sozusagen was Gutes tun. Vielleicht Clan-Kameraden oder Freunde, die ebenfalls ein bisschen zocken. Muss ja nicht mal World of Warships related sein, kann ja auch ein anderer Content sein, den man da raufdruckt. Jetzt sag ich vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch ein tolles drittes Adventswochenende und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, euer Sigrods Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao.